Herzlich Willkommen zu einer neuen Folge von Predigt Bar. Ich freue mich sehr, heute wieder eine Predigt aus Deutschland von Ulan Spallinger für euch zu haben. In seiner Predigt vom vergangenen Sonntag, dem ersten Advent, spricht er über die Adventzeit, über den Einzug Gottes in der Welt. Gott will Einzug halten bei uns und wir dürfen zu ihm kommen. Das ist Advent. Ich wünsche euch viel Freude mit dieser schönen Predigt. Wir hören uns nächste Woche wieder. Liebe Hörerin, lieber Hörer, wieder ist erster Advent. Anders als nach dem Weltkalender könnten wir uns ein gutes und gesegnetes neues Jahr wünschen. Ein neues Kirchenjahr halt. Es gibt sogar ein Lied in unserem Gesangbuch, das heißt Gott lobt ein neues Kirchenjahr. Ich glaube, ich habe es noch nie singen lassen. Es ähnelt sehr den Liedern zum Jahreswechsel, in der Bitte um Bewahrung und gedeihliches Wachsen in Leben und Glauben, so in etwa. Alles nicht falsch. Aber zugegeben, das ist am ersten Advent nicht meine Blickrichtung. Vielleicht, vielleicht bin ich dazu zu sehr Weltmensch oder zu sehr Theologe, wer weiß. Wichtiger ist mir der Blick auf die Geschichten, die immer aufs Neue diesem Geheimnis nachspüren. Gott will zu den Menschen kommen. Advent. Ankunft. Genauer sogar Wiederkunft. Die Geschichte vom paradoxen Königseinzug Jesu gehört mindestens als Gedankenstütze hierher. Jesus, der gegen alle politische Realität wie ein König nach Jerusalem kommt. Das ist das Evangelium für den ersten Advent. Niemals wird Jesus König sein wie Saul oder David oder Diktator wie Augustus. Und das will er ja auch gar nicht. Aber die Insignien eines israelischen Königs sind unlöslich mit ihm verbunden. Ankunft. Oder Maria und der Engel. Gottesbote kommt zu einer jungen Frau am Rande der bekannten Welt und teilt ihr mit, dass sie Mutter des Messias Gottes wird, das auf ihrer unstadthaften Schwangerschaft Segen liegt. Und wieder, er wird ein König sein, sagt der Gottesbote der jungen Frau. Ankündigung der Ankunft. Wir können weiter auf die Suche gehen bei dem Priester Zacharias, dem Vater Johannes des Täufers. Noch einmal bei Maria, die von den schier unvorstellbaren Möglichkeiten singt, die Gott hat, um seinem Recht und seiner Barmherzigkeit Bahn zu schaffen. Und die Weihnachtsgeschichte dann bringt das alles wie in einem Brennglas zusammen. Schaut her. Und ihr werdet die alten Verheißungen wiederfinden. Und staunt und glaubt. In diesem Kind, in einer jämmerlichen Krippe, werden sie erfüllt. Sie werden sichtbar. Geheimnisvoll und doch ganz real. Advent und Weihnachten, das wären dann Zeiten und Gelegenheiten zum Innehalten und zum Staunen. Damit tun wir uns in unseren Zeiten schwer. Für viele unserer Zeitgenossen ist die Adventszeit eine Zeit zum Feiern und zum Schlemmen. Sagen wir vielleicht etwas freundlicher, zum Genießen. Zum Planen und Organisieren aber allemal. Hoher Stressfaktor in einer Machergesellschaft. Ich will mich gar nicht lang und breit über das Durcheinander der Begriffe auslassen. Advent ist nun mal noch nicht Weihnachten. Und Weihnachtsfeiern vor dem ersten Advent, vor dem Ewigkeitssonntag sogar, die gibt es. Solche Feiern sind vor allem ein Ausdruck dafür, wie sehr uns das Gefühl und das Wissen um geprägte Zeiten abhandengekommen ist. Ich finde es einfach schade, dass irgendwie alles immer gehen soll. Denn ich glaube, es tut uns nicht gut. Wie aber dann? Wir bekommen eine Spur gelegt. Wenn ich Sie frage, was das bekannteste Adventslied ist, dann werden die wenigsten von Ihnen sagen Jingle Bells. Nein, macht hoch, die Tür, die Tor macht weit, natürlich. Das Lied greift Psalm 24 auf, den Adventspsalm. Dieser Psalm ist der Predigtext. Und wir haben ihn in der Paulskirche in Dinkelspühl mit zwei Sprechern vorgetragen. Denn es ist ein Psalm in Rede und Gegenrede. Ich versuche das jetzt dadurch deutlich zu machen, dass ich jeweils erster Sprecher, zweiter Sprecher davor sage. Also, erster Sprecher. Die Erde ist des Herrn und was darinnen ist, der Erdkreis und die darin wohnen. Denn er hat ihn über den Meeren gegründet und über den Wassern bereitet. Zweiter Sprecher. Wer darf auf des Herrn Berg gehen und wer darf stehen an seiner heiligen Stätte? Wer unschuldige Hände hat und reinen Herzens ist, wer nicht bedacht ist auf Lug und Trug und nicht falsche Eide schwört, der wird den Segen vom Herrn empfangen und Gerechtigkeit von dem Gott seines Heiles. Das ist das Geschlecht, das nach ihm fragt, das da sucht dein Antlitz, Gott Jakobs. Erster Sprecher. Machet die Tore weit und die Türen in der Welt hoch, dass der König der Ehren einziehe. Zweiter Sprecher. Wer ist der König der Ehren? Erster Sprecher. Es ist der Herr, stark und mächtig, der Herr mächtig im Streit. Mache die Tore weit und die Türen in der Welt hoch, dass der König der Ehren einziehe. Zweiter Sprecher. Wer ist der König der Ehren? Erster Sprecher. Es ist der Herr Zebaoth. Er ist der König der Ehren. Neulich wunderte sich jemand, dass dieser mächtige altisraelitische Psalm, der den Einzug Gottes in sein Heiligtum besingt, der Psalm für den Advent sein soll. Das erschien meinem Gesprächspartner wohl zu üppig. Und die Beobachtung ist ja auch nicht ganz verkehrt. Es ist ja tatsächlich paradox, wie Gott, der Schöpfer, der Allmächtige, der König über Zeit und Ewigkeit, und ich könnte die Liste der Ehrentitel noch verlängern, sich klein macht, ins scheinbar Unbedeutende abtaucht und damit dort ankommt, wo das Leben der Leute spielt. Vor einigen Wochen habe ich ein Bild auf einer Straße gesehen. Das war auf einer Fahrradtour Anfang November auf dem Emsradweg. Ich war mit meiner Frau dort zusammen unterwegs von Münster nach Emden an der Nordsee. Anfang November war wenig los, das Wetter spielte mit. Gute Voraussetzungen also für ein paar Urlaubstage. Solche Radwege führen gern über Nebenstraßen, zum Beispiel landwirtschaftlich genutzte. Und da fanden wir eine Schablonenzeichnung auf die Straßen gesprüht. Immer wieder einmal. Ein Traktor. Dort gibt es riesige Traktoren für riesige Felder und quasi auf der anderen Straßenseite ein Rad- oder Mopedfahrer. Darüber der Schriftzug. Rücksicht macht Wege breit. So kann man das immer wieder sehen. Es ist eine Initiative des Bauernverbandes. Cool, habe ich mir gedacht. So wirbt man für ein gutes Auskommen auf den Straßen und formuliert gleichzeitig eine Selbstverpflichtung. Rücksicht muss ja nicht nur der Radler nehmen, der Bulldog-Fahrer halt auch. Behalten wir dieses Bild vor dem inneren Auge und kehren wir zurück zum Psalm 24 und dem königlichen Einzug Gottes in sein Heiligtum. Drei Teile können wir in diesem Psalm festmachen. Der erste ist eine Feststellung, die für glaubende und betende Menschen eigentlich ganz klar ist. Eine Vergewisserung und Erinnerung auf dem Weg. Damals auf dem Weg zum Tempel nach Jerusalem. Und insofern auch die Antwort vielleicht auf die Frage, wo eigentlich ist Gott? Überall, denn die Erde ist des Herrn. Wo können wir dann Gott begegnen? Überall, denn er ist überall zu Hause. Es ist also möglich, wir können bei Gott ankommen. Heute übrigens genauso wie damals. Und Gott will bei seinen Menschen ankommen, in seinem Heiligtum. Für den Psalmbeter war das damals der Tempel in Jerusalem. Der Psalm ist ja eindeutig ein Gottesdienstgebet. Im Wechsel noch dazu, ich habe versucht das deutlich zu machen, also in Zuruf und Antwort. Ein Psalm für zwei Gruppen eben. Gott will bei seinen Menschen ankommen. Und er will, dass wir, seine Leute, bei ihm ankommen. Was sind das für Leute? Der zweite Teil des Psalms zählt auf. Wer darf auf des Herrn Berg gehen? Und wer darf stehen an seiner heiligen Stätte? Wer unschuldige Hände hat und reinen Herzens ist? Wer nicht bedacht ist auf Lug und Trug und nicht falsche Eide schwört, der wird den Segen vom Herrn empfangen. Und Gerechtigkeit von dem Gott seines Heiles. Das ist das Geschlecht, das nach ihm fragt, das da sucht. Dein Antlitz, Gott Jakobs. Gott wünscht sich, sagt der Psalm, Menschen, die anständig und ehrlich sind. Die sich also so verhalten, dass es dem Guten miteinander aller dient. Das ist der Sinn der Gebote. Wer die einhält, wer offen, arglos und aufrichtig ist, kann auf Gottes Segen rechnen. Unschuldige Hände und reine Herzen. Martin Luthers Übersetzung legt das genau so nah. Und das ist nicht verkehrt. Ich habe aber eine andere Übersetzung gefunden, die erweitert das Bild. Man kann nämlich auch sagen, wer offene Hände hat und leeren Herzens ist und so weiter. Was für eine anrührende Ergänzung. Was für eine hübsche Einladung zur Bescheidenheit. In offenen Händen liegt nichts. Sie warten darauf, gefüllt zu werden. Und ein leeres Herz, nun das ist keine hohle Kammer. Im biblischen Sinn ist das Herz der Ort, wo der Verstand sitzt. Wer mit leerem Herzen zu Gott kommt, der kommt in der Erwartung, dass Gott das Herz füllen wird. Und der Psalm sagt auch womit. Mit Segen und Gerechtigkeit für die, die nach ihm suchen. Und das sind nicht die Doofen oder die Beschränkten, sondern die Bescheidenen und die Weisen. Und damit es keiner missversteht oder vergisst. Ohne uns läuft das nicht. An uns ist es eben auch. An den Menschen. An den Menschen, die ihn, die Gott suchen. Wir sind gerufen. Unsere Buden aufzuräumen. Ordnung zu schaffen. Alles vorzubereiten. Und dann, im Rückgriff auf den Anfang, wo es hieß, die Erde ist des Herrn, wieder in Frage und Antwort. Wer ist der König der Ehre? Es ist der Herr, stark und mächtig. Der Herr, mächtig im Streit. Wer ist der König der Ehre? Es ist der Herr Zebaoth. Er ist der König der Ehre. So zogen die Leute zum Tempel in Jerusalem, stelle ich mir vor. Mit dem Lobgesang auf den Lippen. Gott, der alles geschaffen hat. Gott, dessen Wort sich alles verdankt. Alles. Dieser Gott will zu uns kommen. Er will Einzug halten bei uns. Und wir dürfen zu ihm kommen. Und das ist genau der Gott, der unser Leben und unsere Geschichte begleitet. Und das ist dann Advent. Nicht die Geschenke, nicht die Geschäfte. Vielmehr die Einkehr und die Stille, die Vorsicht und die Rücksicht. Deshalb fand ich diese Schablonenzeichnung so gut. Sie weist auf etwas hin, das im Alltag greift. Rücksicht macht Wege breit. Nicht nur Landwirtschaftswege. Auch gerade in den Tagen, wo wir hier so viel Schnee hatten. Die Gehwege in der Stadt, in der Altstadt. Wo der Schnee die Breite einschränkt. Und wo du gar nicht anders kannst, als Rücksicht auf den oder die andere zu nehmen. Ich denke mir, auch auf solchen ganz normalen Wegen im Alltag will Gott zu uns kommen. Und der Psalm macht das ja deutlich. Liturgie geht nicht ohne Ethik. Gott will zu uns kommen. Wir sind eingeladen, zu Gott zu kommen. Auch und selbst dann, wenn es nicht um einen festlich glänzenden Gottesdienst geht. Selbst dann, wenn uns die viele Not der Welt entgegenschreit. Das Ziel ist noch lange nicht erreicht. Rücksicht macht Wege breit. Rücksicht und Mitgefühl. Dietrich Bonhoeffer schrieb einmal, unser Christsein wird heute nur in zweierlei bestehen. Im Beten und im Tun des Gerechten unter den Menschen. Alles Denken, Reden und Organisieren in den Dingen des Christentums muss neu geboren werden aus diesem Beten und diesem Tun. Er schrieb das in finstersten Zeiten. Und ein zweiter Gedanke noch, den ich vor einigen Tagen erst in der Morgenandacht im Deutschlandfunk gelernt habe. Der Jesuitenpater Manfred Hösel hat die Christen eine GmbH genannt. Eine Gesellschaft mit begründeter Hoffnung. Lasst uns als Gesellschaft mit begründeter Hoffnung in diesen Advent gehen. In der Erwartung Gottes. Lasst uns beten und das tun, was der Gerechtigkeit und der Barmherzigkeit unter uns Menschen dient. Lasst uns beten, sagen und tun. Komm, oh mein Heiland, Jesu Christ. Und der Friede Gottes, der weiter reicht als all unsere Vernunft, bewahre unsere Herzen und Sinne in Jesus Christus. Amen. Musik Musik